Ungeheuer, guten Tag, wenn ich euch da so viele Leute gefragt habe, was jetzt genau mit der Gamescom abgeht. Ich bin mir bei vielen Sachen noch nicht sicher und ich weiß auch noch nicht genau, wo ich immer anzutreffen bin. Habe aber dazu jetzt auf Anfrage von so vielen Menschen auf meinem Real-Life-Kanal Unschwer einen Vlog hochgeladen. Da erzähle ich halt ein bisschen, wo ich wann ungefähr bin. Und generell würde ich sagen, schau euch das Video mal an. Und falls ihr wirklich da seid, ich bin alle Tage da, also von Mittwoch bis Samstag. Und falls ihr auch da seid, am besten folgt ihr mir auf Twitter oder auf Facebook, weil ich werde dann dort immer sagen, wo ich mich ungefähr so aufhalte. Und dann sehen wir uns. Aber auf jeden Fall im Real-Life-Video sage ich noch ein bisschen was, wo ich wann ungefähr bin. Und dort könnt ihr auch Fragen in die Kommentare schreiben oder Sachen, wo wir uns noch treffen könnten oder Vorschläge für Treffpunkte. Dann könnte ich morgen nochmal ein Video hochladen, wenn ich von euch ein paar Ideen habe. Und dann, ja, also morgen kommt dann nochmal ein Video darauf auf Unschwer. Also, wenn ihr jetzt wissen wollt, was genau abgeht, guckt unten in der Videobeschreibung auf das Unschwer-Video. Viel Spaß damit.